So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4 mit dabei sind Cloud Arnus und ihr habt es ja schon gehört. Ja. Halt nur Hässlichkeiten, ne? Eben. Oh je, und jetzt wird Battlefield 4 gezockt und wir sind so scheiße und keine Ahnung was. Warte ich muss da unten ein bisschen leiser machen. So, jetzt dürfte es besser sein für euch. Halunken, ja. Boom, boom, hier geht's voll ab, Alter. Scheiß aufzukämpfen, ne? Kommt nicht mal aufzukämpfen, ne? Direkt wie mein Teamkameraden geschossen hat. Also denken, dass er irgendwie... Spaß, das Gegner Team hochbekommen wäre. Hier geht's so ab, Alter. Ja, ähm, die Folge wird etwas später hochkommen, weil Cloud Arnus, ähm, muss noch hier, ähm... Ich musste noch, ich hatte noch ein paar Folgen auf Lager, das heißt, die habe ich dann noch hochgeladen, deswegen Philipp weiß jetzt halt zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, welche Folgen nun mal das sein wird. Deswegen muss er einfach ein bisschen warten, bis ich die restlichen Folgen hochgeladen hatte. Genau, so sieht's aus. Äh, was ist denn das für ein, ähm... So, jetzt hier, ach so, jetzt wird gewotet. Macht mal, äh, Vote 3. Ich mach gar nichts. 3, komm, 3. 3. 3. 3. Das passt. Das muss passen. Ja. Weil für 3 hab ich immer für die unbedingtste Map gewotet, äh, weil er immer vergessen zu worten, dann musste jeder diese Scheiß mitbekommen, die haben sich alle aufgeregt. Sorry, dass es grad ein bisschen laggt, aber, ähm... Ja, das liegt halt an dir, Philipp. Genau. Ja, jetzt... Der kann nicht auch nix machen. Ihr merkt davon eh nichts, wenn's laggt und nicht. Also... Es wird ja eh alles auf 30 FPS hochgedingst. Hochgeladen. Also ist es eigentlich egal für euch. Ihr merkt davon nichts. Ja, manchmal merkt man das schon, Philipp. Ja, ist egal. Jetzt krieg ich echt noch von dem auf'n Sack, der wohl so wenig Lehm hatte. Oh, der ist so schorben. Junge, ich hab, ähm... Oh, 3-0. Ah, da kämpft er echt am... ähm... am... 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 am Einstieg. Oh, Scheiß, Alter. Ich muss voll... rübsen, ja. Aber... man hört's nicht. Solange du dich dabei mutest. Ich mute mich nicht, man hört's eh nicht. Okay, meins war SAP Qualitäts-Officien 2014. Oh, Claudia, du musst mal sehen, wie ich spiel, Alter. Ich spiel so geil, Mann. Ja, ja. Nur Kills am Schlüssel, Alter. Ich bin einfach der Beste. Nein, Spaß. Tobias, du bist grad am sterben. Nur so. Ja, äh, Leute. Ich hab noch ein Hablikum, das passt schon. Es kam, ähm, in letzter Zeit so wenig Videos. Das liegt einfach daran, dass, ähm... äh, dass ich überhaupt keinen Bock hatte aufzunehmen, ja. Manchmal hat man halt so seine Sachen... Was daran liegt, dass er einfach ein Lappen ist. Genau. Es sollst du mal zu Luca sagen, der macht nämlich nix. Ja, das stimmt, der macht wirklich nix. Der macht nur immer bei Minecraft mit. Gut, er hat immer wieder ein paar Minecraft-Ideen. Dann baut die dann in einer Kopie. Aber sonst macht er ja wirklich nix. Aber sonst macht er ja wirklich nix. Wurde wir erst objektiv gearmt, hier. Ne, sonst macht er wirklich nix, also... Kann ja wohl auch nicht sein. Mit dem Raketen werden wir dann getötet. Bei dir läuft auch. Äh, Leute, wir haben B verloren. Das Teil hier, dieses Rohr vom Panzer hätte mich grad so erschlagen, wenn's in echt gewesen wäre, Alter. Wir müssen unbedingt A verteidigen. Koste es, was es wolle. Ja, Claudio, ich hätte gedacht, wir verteidigen jetzt eher C. Ja, dann machen wir mal die Jalousien hier runter. Ah, ja, dann mach das doch. So, dann kommen die dann nämlich nicht durch. Ja, doch, du kannst es schon aufschießen mit dem Panzer und so. Ja, aber jetzt ist ja im Moment abgesichert trotzdem. Kannst du Raketen dann aufschießen? Boah, war das knapp, Alter. Also ein Panzer ist nicht so exklusiv, ne? Hör mehr auf! Nein! Oh mein Gott! Tobias, bitte! Die machen wieder so, ähm, schlechte Witz. Ich habe jetzt meine Viertelstunde um, 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 um. Die muss ich nutzen. Das geht nicht anders. Dann muss ich jetzt... Hallo? Wieso ist denn der nicht gestorben? Hä? Was? Ja, dann mach mal. Ja. So, meine Freunde. Jetzt ist der Big Boss im seidernen Mantel. Er kriegt keinen Kill, aber pumpt die eisernen Mantel. Okay? Weil ich bei dir ges... Ey, Mann! Was soll denn das, ey? Das ist ja lächerlich wieder. Wirklich. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ihr habt nicht gesehen? Ihr guckt ja nur so. Natürlich haben die das gesehen. Die gucken die ganze Zeit zu. Ach ne. Ja, wenn nicht, können sie nochmal zurückspulen. Eben. Ganz bestimmt nicht. Oh, 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 oh! War schlecht die Idee, bei dir zu spawnen. Leute, Rückzug. 4, 3, wir verteidigen jetzt B. Bam, bam, bam! Oh mein Gott, Alter. Leute. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Natürlich geht das, merkst du doch. Das geht so nicht. Nee, läuft. Ja, bei uns läuft's halt. Totenstille. Totenstille, einfach. Weißt du? Tobias sagt was und dann erstmal klugschreiben. Tobias, schau mal, dass du ein bisschen lauter wirst, sonst shepherds. Ja, ich muss gucken, dass ich, also ich, bei mir ist laut genug, also ich hör mich gut. Warum musst du dich denn hören? Ja, wie soll ich denn lauter reden? Sag mal, sag mal. Ja, weißt du, statt dass du so redest, redest du dann halt einfach so, ganz einfach. So soll ich reden? Ja, so soll ich reden. Kannst du machen, würde ich ehrlich gesagt nicht. Nein, wieso hab ich den? Nein. Nein. Was ist denn das? Ohne Witz. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey. Kommt. Ey, 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 was? Was? Ich hab doch auf seinen Kopf gezielt. Was war denn das? Ja. Wieso? Ich hab auch geschossen, wo mein Kopf war. Ja, gut. Wo mein Kopf. Wo sein Kopf genau im Fadenkreuz war. Genau. Dann ist es irgendwie so gut. Okay, Golmut. Golmut. Reilbei. Hat mit 75% der Votes, also mit 3 von 4, gewonnen. Ja. Ich bin grad zu schlecht, Alter. Ich muss noch mal kurz und wieder hier runter holen. Okay, ich bin gut. Jemand wurde gerade vom feindlichen Commander als HZ. Ey, Leute. Bei B macht grad einer da. Was er für ein, was er für ein Emblem hat. Guck mal unten links. Einen Schwanz hat der alte Emblem. Der Wundfinity. Unnötig. Unnötig, echt. Das hab ich auch schon gesehen. Hast du auch schon gesehen? Ja. Unnötig, oder? Und wir ruhen das Hühnchen. Ähm, ich möchte irgendwie einen Helix bauen, oder? Verlieren wir grad oder gewinnen wir gerade? Im Moment sind wir eher am Verlieren. Musik, oder? Ja. Wir sind in Space. Und... Die Gegner haben... Äh, die... Die erst von beiden Dinger uns zerstört. Nice, nice, nice. Boah ey. Bäm, ich hab jemand... Lol. Wir hatten grad so rein. Ich hab einen Helix geschossen. Ich hab jemanden aus dem Helix rausgetötet. Ich hab nicht den Heckopter so eine Abschützung gebracht. Ich hab durch die Rakete jemanden in Helix getötet. Ich werd jetzt nicht in den Panzer... Reingehen. Okay, äh, wir machen einfach noch ne Folge hinten dran, oder? Ja. Ja, ich mein, du musst ja die Aufnahme nicht stoppen. Kannst du ja laufen lassen. Ja, wir lassen die einfach laufen. Es wird jetzt eh ne Ahnung. Ich hol mir noch was kurz zu trinken. Äh, bis gleich. Ich lass einfach laufen. Ja, beeil dich. Unterhalten mal die Leute. Okay, dann machen wir das. Also, da der Philipp ja jetzt weg ist, können wir uns ja mal voll über ihn ablästern. Ja, Alter. Wie schon dann? Ja, gell? Also, boah, Leute. Immer dieser Philipp. Ja, Alter. Geht gar nicht. Ja, aber sowas von... Und dann hat er auch noch ne positive KD. Alter. Also echt, ich mein, ihr seht's ja, ich bin neunter, er ist fünfter. Ich mein, er ist ja sogar schlechter als Tobias. Ich hab auch noch positive KD, Claudio. Ja, ich auch. So ist's auch nicht. Ja, das stimmt. Fünf geteilt durch neun ist nichts mit Minus. Kann ich dir sagen. Aber dafür ist ja eins... Also, wenn man alle natürlichen, positiven Zahlen addiert, also nochmal leicht verständlich, wenn man eins plus zwei plus drei plus vier plus fünf und so weiter bis plus und endlich macht. Leute, ob ihr's glaubt oder nicht. Kommt minus ein Zwölftel raus, ja. So sieht's aus. Ihr seid so cool, Alter. Ihr seid so cool. Ja. Super. Übel, ne? Das Video muss jetzt aber auch in die Beschreibung gucken. Ähm, Philipp hat den Link dazu nicht. Das heißt, ich werd es dann nachholen. Ja. Das heißt, ähm... Snipe man auf der Map. Hier is being regulated. G-L-H-F. Play fair. Ja. Good luck, have fun. Ja. Nein, echt. Aber hier is being regulated ist ja auch der... Da merkst du, dass es so richtig Deutsche sind, die überhaupt kein Englisch können, die das geschrieben haben. Das ist vor allem being so. Binig. Nicht, äh... Hier ist ja mal voll falsch geschrieben. Ach, ne, man. Schreib mir doch mit einem E, du Lappen. So sieht das aus. Guck mal, ich kann sogar Englisch. Snipe man auf der Map oder nicht. Sag mir das mal. Ja. Nein. Mach ich doch.